Ich erkläre euch, was es heißt, zentriert zu sein, beziehungsweise nicht zentriert zu sein. Und ich fange an mit... Nicht zentriert sein. Okay. Nicht zentriert sein. Was mache ich da jetzt am besten? Ach, ich werde es fassen. Das ist mir voll arg, irgendwie, das mit der Kamera. Und ich bin sehr nervös deswegen auch. Ich hoffe, dass ich irgendwie alles richtig mache. Und dass... Ja, ihr, die da draußen zuschaut, es mich alles total rächerlich empfindet. Und deswegen, ich will schließlich gut dastehen. Ich weiß nicht mal, was ich sagen soll. Okay. Und die Alternative dazu wäre, zentriert zu sein. Das ist das, was ich euch jetzt zeigen werde. Es gibt nicht viel dazu zu sagen. Eine kurze Erklärung vorweg heißt, ich bin in meinem körperlichen Zentrum. Ich stehe in meinem Gleichgewicht. Und ich bin nicht... Brauche mich nicht verstellen. Ich muss nicht irgendwie meine Haare anlassen. Oder irgendwas vermeiden. Ich bin einfach da, so wie ich bin. Und es gibt dabei nicht sehr viel zu sagen, aus meiner Sicht. Insofern will ich einfach da sein. Danke.